Unsere nächsten Gäste sind wieder aus der Steiermark. Die erste allgemeine Verunsicherung! Ich hab eine Frage, ich hab eine Frage. Stellt irgendjemand auf Marschmusik? Ja, ja? Ja, dann in Zweierreihen ab Marsch. Weil ihr gehört natürlich dann zum alten Eisen, genauso wie die Fluggeräte, die wir demnächst kaufen werden in Österreich. Nach dem Grundsatz mit rostigen Schweden-Gurken gegen die Moskau-Schurken. Gell? Ja, ja. Oder mit den hienischen Draken werden wir's niederpracken. Also so nicht. Deswegen haben wir uns erlaubt, eine Opus-Nummer, Opus-Pokus, umzutexten mit der Essenz. Hey Opa, mach keinen Zirkus. Wann wirst du das kapieren? Vergiss deine Marschmusik, weil keiner will marschieren. So ist das! Jawohl!